Hans Fritsche. Hans Fritsche, ja. Das war so ein Rundfunk-Sprecher. Der hatte Kommentare gegeben hier im Rundfunk. Das war rechte Hand von Goebbels. Ich hab den gesehen. Das war hier auf dem Vormarsch, auf dem Tanzu. Er hat unsere Division besucht. Den hab ich gesehen im Bataillonstab. Der hat verschiedene Divisionen besucht. Auf dem Vormarsch war der bei unserer Division. Das war der Fritsche, ja. Der Herr. Hier, Hans Fritsche, der Sonderführer war das ja. Der hatte, er war eben bei der 6. Armee und hat nun über die Erfolge, die die 6. Armee erzielt hat, hier in der Erfolge in Anführungsstriche, hat er nun sicher Kommentare gegeben im Rundfunk. Das war ein exzellenter Sprecher. Bei der 6. Armee hat er Audienz gemacht. Ja, der hat Eindrücke gesammelt und hat Kommentare geschwommen. Aber ich hab hier kein Radio gehabt, das hab ich nicht gehört. Ich kannte den vom Rundfunk her, wo ich noch nicht eingezogen war. Ich hab den gehört vor dem Krieg hier, hab ich den im Rundfunk gehört, den Fritsche. Da war mir das bekannt, Fritsche.